Tja, in Zeiten von Corona ist unser Leben ganz schön auf den Kopf gestellt und das innerhalb weniger Wochen. Kaum einer hat das erwartet. Viele von euch müssen zu Hause bleiben, sind in Quarantäne, unterliegen ohnehin Ausgangsbeschränkungen und so weiter. Ihr kommt nicht regelmäßig zum Einkaufen, ihr kommt auch nicht in die Apotheke unter Umständen. Wie auch immer, wir versuchen so lange wie möglich für euch da zu sein. Wir versenden nach wie vor unsere Konaskintur, wenn ihr bei uns im Online-Shop bestellt oder auch bei Amazon, versuchen wir das Ganze so schnell wie möglich abzuarbeiten und an euch zu verschicken. Ihr seid nicht alleine, wendet euch online an uns oder auch per Telefon über unsere Internetseite und wir versuchen so schnell wie möglich, euch die Tinktur zukommen zu lassen. Bis zum nächsten Mal.